Mein Name ist Philipp Dummhurt, ich bin seit gut vier Jahren hier am Bächle Standort Regensburg angestellt und verantworte den Bereich Cloud Transformation. Mein Lieblingsort an diesem Standort ist eigentlich unsere Cafeteria, unsere Sozialecke. Wir haben dort einen Kicker und da bin ich einfach wahnsinnig gerne, um mit sämtlichen Kollegen einfach bei einer Runde Kicker entweder die andere Diskussion auszuspielen oder einfach um ein bisschen abschalten zu können. Auf jeden Fall würde ich mich mit Bächle infizieren, mit der Farbe Grün und mit dem Unternehmen. Das, was Bächle die letzten Jahre gemacht hat, wie wir aktuell aufgestellt sind, aber vor allem die Vision 2030, also wo wir hingehen wollen und welche Rolle wir als IT-Zukunftspartner für unsere Kunden spielen wollen, ist absolut das, hinter was ich stehe und warum ich auch jeden Tag mich freue, in die Arbeit zu kommen und wirklich brenne, die Kunden mit dem Portfolio und den Lösungen von einer Bächle zu begleiten. Ich beschreibe immer Bächle ganz einfach. Bächle bietet eine Antwort auf alle IT-Zukunftsfragen und hat aber auch den kompletten Erfahrungsschatz aus der Vergangenheit, wo Bächle entstanden ist.